Jo, meine Leute, herzlich willkommen zum 10. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga-Saison 22, 23, 23, los geht's mit den Predictions, heute um 18.30 Uhr, live auf Sky Sport, Bundesliga 1 und in der Sportschau im Radio. SC Paderborn schlägt zu Hause knapp, SV Darmstadt 98, 2 zu 1. Dann Hannover 96 gegen Hamburger Sportverein, 0 zu 3 für den HSV. Dann morgen um 13 Uhr, äh 13 Uhr, live auf Sky Sport, Bundesliga 1 und in der Sportschau im Radio. Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen Amine Bielefeld, 3 zu 2. Dann Spielvereinigung, Kreuter wird unterliegt, SV Darmthausen 1 zu 2. Dann Holstein-Kiel spielt gegen FC Hansa-Rostock 1 zu 1 unentschieden. Dann das 2. Liga-Topspiel live, dann das 2. Liga-Topspiel um 20.30 Uhr, live auf Sky Sport, Bundesliga 1, Sky Sport, Bundesliga UHD und in der Sportschau im Radio. Und auf Sport 1. FC St. Pauli schlägt 1. FC Heidenheim mit 2 zu 0. Herzlichen Glückwunsch! Und Sonntag um 13.30 Uhr, 1. Hälfte Magdeburg spielt gegen Jan-Ringensburg-Spektakel 3 zu 3. 1. Hälfte Kaiserslautern gewinnt gegen Eintracht-Boaunschweig 2 zu 0. Und Kaiserslautern gewinnt gegen 1. Hälfte Nürnberg 0 zu 0. So das, was vom 10. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga-Metro-Politik schlägt. Für die Saison 20, 23, 23, so benachtet, wie du gefallen hast, lasst ein Däumchen nach oben da. Bis dann, wo du da nimmst, das Blöckchen darfst du nicht vergessen, was gewinnt, dann verpasst dir keine Benachstigung auf diesem Channel und bis danach gut gekickt. Ciao! Ciao!